Dann gehen wir den Weg zurück, und schon dass wir das finden. Oh! Jemand anderes soll ihn angreifen. Nicht nachlassen. Dieses Tempo. Holt ihn euch. Bleiben. Warum? Hat er eine Granate in der Hand? Tschüss, Droide. Durchreise. Was war das? Okay, das war traurig. Nun. Da war ja was, wenn wir wieder runterkommen, nicht wahr? Wir kommen wieder am besten wieder runter. Haha. Skill-Move. Laden die einfach mal kurz nicht. Ich kapituliere. Ich kapituliere. Ungemacht. Die sind einfach aus dem Nichts erschienen. Du wachst es? Okay, dann halt so. Stirb. Aber... Aber... Aber sind wir hier nicht richtig? Da oben vielleicht. Da oben wahrscheinlich. Wie kommen wir da hin? Ich sehe kein Seil, das wir schwingen können. Wir können sich ja dank der Rohre handeln. Ah, ja, natürlich. Okay, ich sehe. Entlang der regulären Rohre nicht, aber entlang des Rohstdomes. Und wo die sich herge... Wie sie sich da hergebeamt haben? Ich habe... Keine Ahnung. Manchmal hat das Spiel seine Schwierigkeiten, Sachen zu laden. Und wo die sich hergebeamt haben? Echo. Maximale Macht erhöht. Er hat bekommen, was er verdient hat. Wookie-Rache. Ein toter Truppler. Er wurde angegriffen von einem Wookie. Sie sind entkommen. Und... Sie ist entkommen und hat ihre Rache. Okay. Imp ist durch. Müssen wir nicht mehr machen. Das bedeutet, es fehlen noch aufständliche Sachen. Drei. Wookie 10. Und... Flora zu... Haben wir Wookie 10? Wookie-Kultur 10 hat man nicht geschafft. Gut. Damit haben wir auch die Geheimnisse. Es fehlt jetzt noch eine Truhe hier. Karl Schaschleck, wenn er durch den Ventilator läuft. Karl Köstlich. So, es fehlt noch eine Truhe. Ich habe keine Ahnung, welche Truhe uns noch fehlt. Ich glaube, es gibt einen einfachen Weg, das herauszufinden. Ziemlich einfach sogar. Sekunde. So. Ich wähle mal von den Regionen aus. Zeig mir die Region. Wir brauchen die Imperial-Raffinerie. Okay. Okay, das hat nicht geholfen zu haben. Ähm. Imperial-Raffinerie. Was für Kisten gibt es hier? Okay, das ist was für Lichtmaterial wir haben können. Bin ich mir nicht sicher. Irgendwo muss eine einzelne Kiste sein, die wir nicht haben. Ich hoffe... Die haben wir. Dunium haben wir. Das weiß ich. Concho-Material-Kommando. Haben wir Kommando? Haben wir. Unium haben wir auf jeden Fall. Hauptgültige haben wir gerade gekriegt. Lichtschwertmaterial-Matte. BD1-Stygion-Prime. BD1-Nein, so Daridorn fehlt. Wo ist dein Stigion? Wo ist dein Stigion? Wo ist dein Stigion? Okay, das... Kommt mir aus, wie dem auch so sei. Die Kisten könnten da oben möglicherweise liegen. Okay, da hinten war die... Das Sturm-Truppe-Kommando, den haben wir bereit. Da hatten wir die Kiste. Ähm... Dann ging das hier durch. Das Poncho-Material haben wir. Dementsprechend kann die Kiste nicht da drin sein. Es kann also nur die Kiste... Eine Kiste ganz oben sein. Theoretisch. Ja, sieben nutzt du das... Ich wünsche, man könnte mit dem Skill-Punkt noch irgendwas machen, nachdem man die hat. Aber... Das ist nicht, wie es geschaffen ist. Gut, jetzt geht's wieder da hoch. Naja. Es kann nur da oben sein, wo wir uns mit dem ATS-Tier geprügelt haben. Ich sehe schon kaum irgendeine Sache, werden wir trotzdem noch übersehen. Einfallende Kräfte entdeckt. Gehen wir aus dem Weg. Dekadente an den machtverbrochenen Fähigkeiten reduzieren. Oh Gott, irgendwann einfach überhaupt keine Macht mehr brauchen. Wenn wir in den Lichtschwert schmeißen. Dann wird das Spiel aber extra mit halt einfach werden, wenn man die Macht nicht mehr regenerieren muss. Was? Okay, Kel. Voll einfach durch die... Du wütest dich das Rohr durch. Es sei denn, die Kiste ist anderswo hier. Moment. Warum können wir das Zahnrad verlangsamen? Na los, holen wir ihn uns. Ach so, deswegen. Jawohl. Nicht nachlassen. Ha! Ja, ist für uns aber nicht in den Kiste. Okay. Das wohl ursprünglich hergekommen sind hier. Wohlbleiben. Findet den Eindringleck. Wollen wir reduzieren so um 5%. Ja. Aber 5% die sich einfach auch sticken lassen auf so ein paar 100% wäre schon lustig. Okay. Sind wir hier richtig, was die Kisten angeht? Oder die eine Kiste, die uns fehlt? Nein, nein, nein! Oh. Das ist gesund aus. Ich glaube, wir sind hier nicht komplett richtig. So. Ähm. Gab's hier eine Tür? Dahinter gab's noch etwas. Wie kommen wir da dran? Wie kommen wir da dran? Das ist nicht hier. Das ist da drunter. Ich muss da drunter sein. Ich muss da drunter sein. Ist es da drüben, auf der anderen Seite? Wie kamen wir da hin? Da hinten sehen wir sie. Da ist die Kiste. Okay. 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 Ich habe das Gefühl, das suchen auf Kashyyyk wird ein bisschen länger dauern als gedacht. Oder als gehofft. Na ja, mal schauen. Einmal kurz regenerieren. Wird schon niemand so beklopft und 2000 Punkte sammeln. Nein, niemals würde jemand sowas tun. Da würde niemand einfallen, der 1,1 Millionen Siedler-Fünftaler anhäuft für die Karte. Überraschung! Ich schwebe! Ich schwebe! Oh nein. Ich wusste, dass er wegleift! Ist da jemand? Ganz egal wer! Mutig! So sieht das aus, mein Freund! Gib dir mehr Mühe! Diesmal wirst du nicht ausweichen! Kann ich nicht! So! So! Da war, was du beendest das Spiel bevor du deine Aufgaben bekommen hast. So! Kopfgeldjäger! Die Kiste hier haben wir gekriegt! Die hier haben wir übersehen! Dreiß! Los! Geh da rein! Was ist das BD? BD einskin! Stygion Prime! Ah, wir hatten hier die ganze Zeit... Wo haben wir den? Da, Dane hat und das war so ein Daredon! Hier! Stygion Prime haben wir jetzt drauf! Nun! Der da hat ein Jetpack! Da müssen wir drauf aufpassen! Wir tun uns die Gesundheit kurz mal voll! Wir schmeißen den, sobald er schwebt, direkt gegen eine Wand! Bei dem Roboter müssen wir schauen wie damit umgehen! Das ist Dane! den armen brauchst nicht mehr frech 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 boah wir leben noch stimmt sofort und noch ein ok das war ganz frech wer uns erwischt hat das ist gerade unnötig viele stimms für ich konnte nicht weiter zumindest diese sechs community karten ok jetzt bin ich mir nicht sicher worauf du noch auswolltest ok dieser roboter hatte komische sache das ausweichen bei dem ansturm habe ich nicht hingekriegt aus irgendwelchen gründen konnte ich diesem ansturm einfach nicht ausweichen ich stand immer zu spät gemacht zu haben und das war es gewesen zu sein wir haben die kisten wir haben die imperiale raffinerie jetzt theoretisch komplett erkundet so uns fehlen auf kashik noch flora 2 ja uns fehlen noch ein paar kisten auch noch haben wir die raffinerie theoretisch fertig uns fehlen flora 2 aufständische aktivitäten 3 und wuki 10 ich prüfe ganz kurz ob irgendwas davon noch in der raffinerie ist flora 2 ist nicht hier gut insurgent nummer 3 ist hier in der raffinerie ok gut das müssen wir uns noch abholen und wuki 10 befand sich wo wuki 10 ist auch in der raffinerie ne das ist ach deswegen ich habe imperial of your occupation 10 gesehen das erklärt das kashik wild leben ok das ist da drüben das ist das einzige was wir uns noch mitnehmen müssen was wir hier kriegen können ist aufständische aktivitäten 3 so und das ist dort ok das befindet sich hier in dem bereich da drüben irgendwo durch der weg da hin scheinbar durch den mobbingkreis raum am ehesten es gibt keinen anderen es ist wahrscheinlich der schnellste weg durch den mobbingkreis roboter zu kommen wo sind wir hier sind wir ok so mal schauen wir mit dem droiden gleich ob der droide gleich wieder auftaucht oder ob er später erst wieder auftaucht guten tag hey ein einregling ja er gehört mir sind wir gut genug für den sieg erledigt ihn nicht nachlassen wie du meinst mein freund dein ende ist nah du entkommst mir nicht befehlschlag ich rate von weiterem widerstand ab tust du das auch keine macht so weiter geht's du bist der beste nop er ist nicht hier gut frech einander mal wir müssen auf die andere Seite da hinten rüber ich brenne ungerne ich präferiere es unter strom gesetzt zu werden wir könnten hier theoretisch immer und immer wieder ausruhen bis der innige droide zurück ist und den dann zusammenschlagen ich möchte kurz mal prüfen ist er jetzt da nope hier hinten ist so ein Kram hab ich ganz vergessen den mitzunehmen feind nähert dich hier wird bestätigt hier sind die nächsten ja holt die durch so gebt mir meine Sachen zurück die hat ich ganz übersehen da passieren Sachen Führt uns das zum Ziel ich glaube ich habe ihn gerade nicht na komm gehen wir noch weiter falls das nicht direkt zum Ziel führt dann gehen ah ne genau hier war ja der der Boss der Spinnenboss die Albino-Spinne war ja hier könnte hier sein könnte hier sein doch da war es doch irgendwo da haben wir dich doch scan sind das B1 Droiden Tatsache Schlacht von Kashyyyk Überreste von B1 Kampfdroiden die ihr Kashyyyk auf Befehl der Separatisten während der Klonkriege gestürmt hatten im Laufe der Schlacht wurden die Separatisten besiegt aus der Republik wurde das Imperium und die Klonkriege nahmen ein bitteres Ende damit haben wir aufständische Aktivitäten komplett abgeschlossen es fehlen noch Flora 2 Wookiee 10 und zwei Kisten wenn ich es richtig gesehen habe zwei Truhen und einen Pflanzensamen gibt es ja auch noch wo haben wir den ganz anderen Ursprungsbaum fehlt nur eine Truhe und da ist so ein Pflanzensamen Verlassensdorf fehlt nur eine Truhe okay die beiden Truhen sind hier das wissen wir damit schon dann schaue ich kurz mal Flora und Wookiee 10 Wookiee 10 können wir noch kurz mal schauen Wookiee 10 und diesmal nicht das falsche gucken befindet sich in dem Bereich da ich kann nicht sehen wie der heißt wieso sieht das in dem Fall Wookiee 10 befindet sich da und Flora 2 auch da okay Wookiee 10 und Flora 2 sind direkt nebeneinander ich glaube ich müsste den Bereich sogar erkennen können wenn wir den sehen jetzt sieht man auch schon da draußen so da Ursprungsbaumgebiet wir müssen also zum Ursprungsbaum Ursprungsbaum und zum verlassenen Dorf die beiden Sachen und Wissen die uns noch fehlen sind beim Ursprungsbaum ebenso wie ein Samen und eine Kiste wie es aussieht gut wie kommen wir von hier aus am besten da hin wir sind hier oben der schnellste Weg wäre hier rüber zu gehen dann können wir hier runter unten durch gibt es eine Abkürzung hier haben wir hier eine Abkürzung in die Schattenlande vielleicht es wäre der schnellste Weg prüfen wir das wo kommen wir denn hier hin ach so hier hin nun von mir aus die sind so bereit du hast was nicht gedacht nicht ganz die Richtung auf die ich hinaus wollte wir haben keinen direkten Weg nach oben hier irgendwie ach na gut ach dann sind wir wieder hier ok von hier aus können wir aber den direkten Weg nehmen nach den Schattenlanden oder ja von da aus hatten wir den direkten Weg gut einfach nur kurz einen Respawnpunkt hier hinsetzen die Kopfgeld scht 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 Bis zum nächsten Mal.